Hallo liebe 96 Fans, heute ist Weihnachten. Ich wünsche euch ein frohes Fest und ganz viel Spaß mit der Familie. Mein 96 Highlight war klar das St. Patrick Spiel, aber auch die ganze Zeit danach. Ich habe mich die ganze Zeit super unterstützt und es war ein unglaublich geiles Gefühl wieder für Hannover zu spielen und dafür danke ich euch. Ich freue mich auf weiter geile Jahre mit euch. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und frohe Weihnachten ist auch das Lösungswort für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.